Moin Leute! Am heutigen Tag werden wieder saftige Brücken gebaut, denn wir haben neue Aufgaben bei Polybridge 2. Unter anderem müssen wir diese wunderbare Limousine über diese Schlucht bringen. Okay, Limousine zu A, der alte Wagen hier zu B. Und ich habe keine Hydrauliksteuerung? Ich habe eine Idee. Ich saß hier gerade so, bestimmt 20 Sekunden, habe einfach so überlegt, so, das mache ich jetzt. Okay, Leute, ich habe eine grandiose Idee. Und zwar Hängebrücke. Hängebrücke von oben, die erstmal hier so... Ja, ich... Warte runter, warte runter. Ich habe hier eigentlich... Das ist easy. Also hoffe ich. So, das Ding hier einfach rüber. Nö, nö, das geht einfach. Ja, okay. Ihr denkt jetzt vielleicht, Paletto, was hast du vor? Das denke ich mir auch. Ja, genau. Das ist jetzt ganz kurz nur der Test. Oh ja. Let's go. Let's go. Kein Problem. Perfekte Brücke. Jetzt fahrt ihr euch wahrscheinlich. Paletto. Ja, wunderbar. Wie schaffst du es? Weil der, der muss jetzt nach hier oben. Und der fährt danach. Paletto, wie willst du das denn schaffen, ohne... Ah. Ah. Ja, ich... Ja, kein Problem. Wie willst du, dass das B jetzt nach da oben fährt? Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Doch, es geht. Und zwar... Ich lasse ihn baumeln. Man muss ihn auch mal baumeln lassen. Ich muss das kurz testen. Das muss baumeln. Ja. Ja, okay. Okay. Kein Problem. Und kann ich dich auch noch baumeln? Ja. Ja, das schwingt jetzt so ein bisschen. Schwingen ist wichtig. So. Und dann... Äh... Auto trangulieren. Genau. Damit das auch alles hält. Zack. Der hier kann weg. So. Weil... Wenn jetzt gleich A wegfährt... Weil das wird jetzt erstmal auf... Genau. Das... Ja. Hä? Ja. Das soll ja halt am... Ah. Ja, ja, ja. So ist... Nee. Ja. Doch, so ist perfekt. Jetzt... Jetzt muss er nur das machen, was ich... Was ich will. Er muss... Du musst jetzt hier richtig gut rein. Genau. Gib dir Mühe. Ja. Oh, ja. Ja, es ist knapp. Ja. Okay. Okay. Kein Problem. Das ist zu steil für ihn. Aber ich kann ja nicht durch ihn durchbauen. Ah. Der Warte. Das klappt ja runter. Hier. Hier. Wunderbar. Und dann klappt das runter. So. Ja. Guck mal. Jetzt ist es noch auf ihm drauf. Genau. Ja. Da gab es kurze Probleme. Jetzt. Ja. Jetzt schiebt er schön nach vorne. Oh, ja. Ey, Junge. Wenn du das jetzt nicht schaffst... Er schafft's. Let's go. Okay. Das Wichtigste haben wir geschafft, glaube ich. So runterfallen kann er ja. Das ist kein Problem. Jetzt müssen wir doch eigentlich nur... Die Straße... Zack, 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 zack. Und zack. Ich habe Angst, dass sie bricht. Oh, wir sind... Ah, wir sind fast über dem Budget. Ist das hier unten überhaupt nötig? Weil das wird natürlich sehr, sehr viel Geld sparen. Ja, da kam es jetzt zu so ein paar Problemen. Aber ja, ja. Die Brücke wird trotzdem halten. Ja, warte. Das hängt jetzt alles ein bisschen... Ich glaube, ich kann das hier wirklich alles wegmachen. Ich muss kurz einmal testen, ob die Limousine nicht auch einfach da drüber fahren kann. Das ist jetzt schon bei 44 Prozent. Aber es hält. Okay, ja, ja. So sparen wir extrem viel Geld. Ja, ja, ja. Guck mal, jetzt haben wir wesentlich mehr. Hier unten kann ich das Ganze ja ruhig mit Stahl verstärken. Zack. Hier genauso. Und hier werden wir... Ah, hier sind... Ah, wir sind schon über dem Budget. Okay, wir gucken jetzt aber mal. Wir sind 19 Prozent drüber. Es muss ja eh erst mal alles halten. Und dann können wir gucken, ob wir nicht da noch mal ein bisschen... Ein bisschen was sparen. Nee, was ist das denn jetzt hier für ein Kram? Warum bist du denn hier... Ja, das ist falsch. Ja, weil die Brücke wahrscheinlich... Warte mal, warte mal. So? Geld gespart. Zack. Jetzt fährt er weg. Ja, guck mal, jetzt funkt es... Oh. Sehr, sehr nice. Jetzt gönnt er sich. Zack. Er schafft es auch hoch. Oh. Oh, da wird es rot. Gut. Ja, okay. Alles klar. Es muss mitschwingen. Also, ich habe das Gefühl... Ich glaube, er könnte hier vielleicht drüber fahren. Jetzt wird es hier ganz haarig. Aber er schafft es. Jetzt das klein... Die kleine Lücke. Ja, okay. Ist ja kein Problem. Denn... Ich bin ja voll über das Schlau-Kopf. Oh, ja. Zack. Nee, warte. Das muss anders. So. Bam. Und dann hier. Hey, oh, ja. Na, komm. Zeig mir, was du kannst. Zack. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und jetzt der Sprung. Jawoll. Let's go. Ja, komm. 4.000 sind ges... Boah. Maximale Belastung von 99,3%. Aber let's go. Direkt weiter. Dreifach Decker Zugbrücke. Der muss hier hin. Oh, als ob. Okay. Drei Brücken. Dreimal Hydraulik, die nach oben geht. Ja. Okay. Gut. Um die, um das hier, das müssen wir so oder so machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben auch, also wir haben gut Kohle. Das muss man sagen. Und die müssen auch nicht so hoch gehen. Ja, wir sollten erstmal die Grundkonstruktion machen. Und hier muss dann halt später noch so ein bisschen was anders gemacht werden. Also das Holz muss raus und so weiter. Aber diese Streben, die sind wichtig. Und auch richtig. Von unten muss, so gut es geht, stabilisiert werden. So, wir lassen das jetzt einfach mal. Okay, okay. Kein Problem. Wir wissen jetzt zumindest, woran wir arbeiten müssen. Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten. Ich bin so, ich bin so schlecht in Hydraulik. So, das muss auf jeden Fall, weil hier muss das hochgefahren werden. Ich hatte mir das ungefähr so vorgestellt. Und dann soll es ausgefahren werden. Schön nach oben. Geht das? Ja, sehr gut. Ja, oder... Warte, warte, warte. Oben mache ich dafür jetzt. Müsste halten. Ja, perfekt. Hä? Wie ist denn das mit den Zahlen hier? 1, 1, 1. Ah ja, okay. War ich gar nicht so schlecht an sich? Das würde, abgesehen von der Mitte, würde das sehr gut funktionieren. Aber bringt ja nichts. Es soll doch einfach nur diesen oberen Körper nach oben fahren. Geht das jetzt? Ja. Sehr gut. Ah, das wird... Das wird interessant heute. Ich sag's euch. Es funktioniert! Warum... Warum... So, und umso länger, umso weiter können die sich doch auch rausbiegen. Und dann... Ich möchte doch einfach dieses Spiel nur durchspielen. Neutral? Wie was denn hier neutral? Wie neutral? Aha! Das sind ja Sachen, die ich noch niemals wusste. Die kann man vordehnen. 60% gedehnt. Oh, oh, ja, warte. Ne, 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 ne. Dann will ich die 30% komprimiert. Ja. Was ist das denn hier? Ne, aber warum das denn jetzt? Warum hast du denn jetzt hier... Die sind doch exakt gleich. Warum war denn danach die Brücke so schief? So. Guck mal. Oben ist jetzt standhaft. Und oben... Ja, geil. Ja, abgesehen davon, dass das jetzt alles einkracht, ist das ja wohl schier genial. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit den unteren? Ja, so müsste das dann eigentlich... Der soll das halt hochziehen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, mit dem Seil nochmal da oben befestigt. Leute, ich würde euch wirklich was Besseres präsentieren. Um das auch kurz so ein bisschen, vielleicht so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Stand jetzt. Keine Ahnung, wie lange das Video werden wird. Aber wir sind gerade bei 35 Minuten Aufnahme. Ich weine, wenn ich das hier sehe. Boah, so geil ich meinen Try finde. Ich muss es abreißen. Ich fand es geil, aber ich werde das jetzt mal anders probieren. Ich habe mich jetzt gerade hier nochmal gefühlt eine halbe Stunde drangesetzt. Das hier funktioniert. Ich kann euch das kurz mal zeigen. Ja, also die rechte Seite. Guck mal, das Ding. Der unterste würde rein theoretisch rüberkommen. Also klar, das links. Ich bin jetzt gerade dabei, diese Konstruktion auch nochmal auf der linken Seite umzusetzen. Ist ein bisschen gewagt. Ich weiß. Aber vertraut mir. Ich bin verzweifelt. Ja, also es rastet hier ein bisschen zu sehr aus. Irgendwas wird da komplett weggefetzt. Warte mal, ich muss das mal ganz langsam. Das geht. Aber hier ist nur dieser Ankerpunkt. Hier ziehe ich es nach oben. Achso, weil der hier muss auch noch locker. Der muss noch locker, damit er den nächsten Punkt bildet. Ja, das eine, das eine Ding bricht hier. Oh, guck mal. Weiter, 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 weiter nach oben. Weiter nach oben, weiter nach oben. Ja, guck mal hier. Oha. Oh nein. Ja gut, es bricht. Es bricht mir dann ein bisschen zu weit. Aber das ist ja kein Problem. Ja, guck mal an. Es sind, es sind erst zwei von drei. Und wir haben harte Verluste. Es gibt ein paar Explosions. Aber guckt euch mal an. Und warte mal ab, ob der eine in der Mitte das nicht sogar schafft. Ja. Er würde es schaffen. Wenn ich jetzt hier eine verstärkte Straße nochmal hinsetze, dann hält das sogar auch noch unten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Verbindung für den Typen da unten. Äh, oben. Ey, wenn ich dieses Level geschafft habe, dann mache ich drei Kreuze. Ich, ich habe auch gar keinen Überblick mehr. Es ist alles hier so konfus. Aber oben könnte ich jetzt nicht das machen, was ich vorher, weißt du dieses, geht das nicht? Also auf gut Deutsch gesagt, ich scheiße aufs Budget. Das ist mir jetzt wirklich komplett egal. So, wir gucken mal, ob oben jetzt... Ich hoffe, dass ich hier nochmal was verstärken kann, ohne dass es zu Problemen kommt. Ja, sehr gut. Das hier wegnehmen. Das hier wegnehmen. Das muss ja wirklich nur ein ganz kleines bisschen nach oben. Der muss das Ganze jetzt nur nochmal ein bisschen... Zack. Hier das Ding ausklinken. Und dann muss das... Was ist denn jetzt gebrochen? Was bricht denn? Ich sehe auch nicht, was hier bricht. Zack. Das ab. Das nochmal mit einem Seil sichern. Let's go. Okay, nur da unten. Hier unten rechts. Ansonsten würde es funktionieren, oder was? Alles easy. Ey, du hast hier halt kaum einen Überblick, ne? Hier sehen wir einen Erstbruch. Aber ich würde halt gucken, dass ich einerseits das Ding hier... Zack. Ich mache das hier ganz locker mit einer kleinen Feder. So wird das oftmals super gut entlastet mit diesen Federn. Jetzt müssen wir halt gucken, ob das da auch rüberfährt. Ohne, dass es zu Problemen kommt. So. Er... Kommt da. Nein. Oh, aber er kämpft sich. Ey, wenn der sich... Okay, okay, okay. Jungs, ihr müsst euch da einfach nur drüber kämpfen. Jetzt wird das Gewicht auch anderweitig verteilt. Und dann bricht alles zusammen. Das hier ist scheinbar der Erstbruch. Irgendwas ist hier doch gerade schon wieder gebrochen. Was war das denn jetzt gerade? Ja, ja, weil hier gibt es einfach einen Konstruktionsfehler meinerseits. Ich mache da einfach mal eine verstärkte Straße hin. Vielleicht brauchen wir das da unten gar nicht. Weil dann wäre der zumindest unten... Wäre der auch schon mal weg. Dann hätten wir nur noch... Müssen wir nur noch dafür sorgen, dass unten bestehen bleibt. Ja, 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 ja. Okay. So, Dickerchen. Oben, bitte. Jetzt sehen wir gleich. Wo gibt es hier die... Nein. Nein. Nein! Ja! Ey, ihr wisst gar nicht, wie frustrierend das ist, wenn man nicht weitermachen kann, weil man zu doof ist, das Level zu schaffen. Alter, was haben die denn da alles gebaut? Die haben... Oh! Was? Was? Alter, Menschen sind so schlau. Wie sind... Warum sind Menschen so schlau? Guckt euch das an. Einfach so. What? What? Das gibt es doch nicht. Ja, das sieht ungefähr so aus wie meins. Alter. Ah, der einfach da drüber. Ja, wenn man auf dem Schlauch steht, dann steht man auf dem Schlauch. Alter, was ist das? What? Alles, was ich hier anklicke, ist einfach maximal genial und ich fühle mich einfach richtig dumm. Auch das hier. Das sieht so einfach aus. Guckt euch das an. Ich übertreibe jetzt null. Ich bin einfach nur geschockt. Weil man guckt sich so diese ganzen Sachen an. Zum Beispiel das hier. Wie so ein riesiger Kran, die komplette Brücke dreht. Äh, dreht. Dieses ganze Konstrukt dreht sich. Und dann gucke ich mir meine Brücke an. Und dann fragst du dich doch. Was zur Hölle? Leute, ich will ehrlich zu euch sein. Ich habe wirklich genug für heute. Oh, Sicherheitslücke. Das ist irgendwas mit dem... Oh nein, das ist irgendwas mit dem Auto. Ich habe nur begrenzte Straßen. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe jetzt gerade wirklich keinen Bock auf weiteres Brücken bauen. Für heute. Falls ihr weiterhin Bock habt, lasst gerne ein Like da. Ich bin bereit, die nächsten Tage wieder da dran zu gehen. Auf jeden Fall. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur ein bisschen demotiviert. Und, ähm, ja. Da will ich auch ehrlich zu euch sein. Leute, das war es mit dieser kleinen Runde von Polybridge. Ich will das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Auch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne in die Mini... Äh, in die... In die Videobeschreibung für Mini-Paluten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.